Du schaffst es nicht, am Telefon wirklich verbindliche Termine zu generieren? Du weißt nicht, wie du deinem Kunden gegenübertreten sollst? Deine Verkaufsteine sind nicht da, wo du sie gerne hättest? Um ein richtig guter Verkäufer zu werden, ist meistens nur ein Baustein notwendig. Diesen Baustein liefere ich dir. Mein Name ist Steven Werner, ich bin 32 Jahre jung, bin mittlerweile seit 13 Jahren im Verkauf tätig, bin Stotterer, was mir diesen Beruf sehr schwierig macht. Konnte allerdings durch einen 5-Schritte-Plan zu einem Kunden meine Verkaufszahlen maßgeblich steigern und zusätzlich eine Menge Empfehlungen von meinen Kunden generieren. Nun ist es an der Zeit, dass du nicht mehr der Theorie den Glauben schenkst, sondern mit uns in die Praxis eintauchst. Mit dem Orderlines Vertriebsbaustein zeigen wir dir eine fantastische Geschäftsmöglichkeit, die dein Leben verändern wird. Bewirb dich bei uns und wir bringen dir den einen Baustein bei.